Morgen Kinder, wird es was geben? Oder so. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal zur Laberecke. Ja, warum wird es irgendwas bei mir geben? Na, heute ist ja die Auflösung vom Gewinnspiel. Aber wir steigen erstmal ganz anders ein, denn es gab ja die Woche ein Thema, was alle total um den Verstand gebracht hat. Na gut, so schlimm war es natürlich doch nicht. Denn es gibt es ja immer noch. Okay, was war es? Ganz einfach. Im Landgericht München kam es zu einem Urteil im Prozess Blackberry gegen Facebook. Das heißt, Facebook hat eigentlich umgehend seine Messenger-Apps aus dem Netz zu nehmen. Sprich, WhatsApp, Instagram und der eigene Messenger halt, da es ein paar Patenzrechtsverletzungen gibt. Jetzt sagt man natürlich, solange es nicht rechtskräftig ist, passiert eh nichts. Das ist ein kleiner Trugschuss. Wenn sich jetzt Blackberry doch entschließt zu sagen, okay, wir möchten eine vorläufige Verfügung erwirken, müssen sie 1,6 Millionen Euro beim Landgericht München hinterlegen. Dann wäre Facebook sofort in der Bredouille und müsste alle Apps faktisch auch vom Netz nehmen für Deutschland beziehungsweise ruckzuck Upgrades bringen. Also ich würde aber sagen, keine Panik, weil die 1,6 Millionen sind bisher noch nicht hinterlegt, so wie ich weiß. Wenn es natürlich dann passiert, dass Blackberry sagt, okay, wir hinterlegen das Geld, die 1,6 Millionen Euro als Sicherheit beim Landgericht München, dann ist natürlich Facebook in Zugzwang und müsste eigentlich ruckzuck die Apps schließen, wie gesagt. Wie gesagt, ich würde mir da keine Sorgen machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Facebook oft häufig kommt und raus alles schließt. Eher achtet bitte auf Upgrades. Da wird dann Facebook natürlich dann aktiv und sagt eben halt, okay, die neuen Funktionen müssen wir dann wieder herausnehmen, die eben halt in diesem Patentstreit halt strittig sind. Streit, strittig? Ja, okay. Das war es eigentlich. Da braucht man eigentlich nicht irgendwie groß Panik schieben oder Angst haben oder gleich sagen, wir müssen unbedingt alternative Messenger nutzen. Also ganz ruhig bleiben, keine Angst. Passt schon, wie der Bayer sagt. So, dann möchte ich schnell auch hier nochmal zum Thema Klima ganz kurz kommen. Ich habe jetzt, nein, das war nicht die Woche, letzte Woche gelesen, eine Klimaaktivistin ist vom Notendurchschnitt 2 auf 4 gerutscht, weil sie einen Freilichs-For-Futures teilnimmt. Ja, das ist eben halt der Nachteil, wenn man eben halt Unterricht ausfallen lässt und den auch nicht nachholt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an dem Freitag liegt, weil ich denke mir, sie wird sich auch noch weiter engagieren. Finde ich ja so nicht schlecht. Aber Leute, Schule geht eigentlich vor, weil dort stellt ihr die Weichen für eure Zukunft. Sprich, ich bin ja eigentlich, sage ich mal, ein alter Sack, der nicht mehr so viel lernen kann, soll, keine Ahnung wie. Wenn ich in meiner Firma irgendwo hingehe und sage, ich würde mich gerne weiterbilden, ich hätte gerne einen Englischkurs oder sonst sowas, sagt man bloß, wozu brauchst du das eigentlich? Aber ihr seid unsere Zukunft, Leute. Ihr jungen Leute, ihr Kittis, ihr Teenies, wer auch immer. Wenn ihr überlegt, wir brauchen in Zukunft Deichbauer, denn der Meeresspiegel steigt, da ist dann im Alter Bauingenieur gefragt. Wir brauchen, wie soll ich sagen, Klimaforscher verstärkt. Wir brauchen Umweltforscher verstärkt. Wir benötigen, wie nennen die sich aus der Nahrungsmittelindustrie, also nicht nur Bauern. Also ja, ist klar, Bauern brauchen wir dann auch. Aber Gentechniker könnte man auch so sagen, um unsere Pflanzen dann zu schützen. Ja, das ist echt krass. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, oder besser gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, die Kipppunkte sind eigentlich so gut wie erreicht, auch wenn ich kein Wissenschaftler bin oder sogar auch überschritten. Da stelle ich mir eher die Zukunft so vor, dass wir mehr oder weniger auf Gewächshäuser gehen müssen, um uns überhaupt noch ernähren zu können und eben halt mit den hohen Temperaturen uns arrangieren müssen. Da sind eben halt die Ingenieure gefragt, die Wissenschaftler gefragt. Das seid ihr die kommende Zukunft. Also denkt mal darüber nach. Fridays for Future mag zwar gut und schön sein, aber ihr müsst daran denken, ihr seid für uns halt wichtig. Ohne euch können auch wir das nicht schaffen. Nicht nur die Alten, die jetzt gerade da sind. Aber apropos, mal ein kurzes Beispiel, was auch ohne Fridays for Futures geht. Ich arbeite in einer sehr großen Firma. Wir haben natürlich auch die Möglichkeiten zu sagen, okay, wir geben da ein paar Euros mehr aus für gute Umwelttechnik und das ist eben halt einfacher für große Firmen. Jetzt habe ich mich mal mit einem Techniker bei uns, einem Haustechniker unterhalten. Und der hat gesagt, okay, wir ersetzen jetzt langsam, aber sicher die Heizung in den Produktionsbereichen. Sprich, sie werden modernisiert. Sind zwar ziemlich teuer, kosten um die 35.000 Euro. Also jetzt hat er einen ersetzt und er hat binnen drei Monate 15.000 Euro Ersparnis erreicht. Sprich, die eingesetzten Kosten für die Heizung plus die Ersparnis beim Gasverbrauch. Also bei uns wird mit Gas beheizt, weil wir benötigen E-Gas für Produktionsprozesse. Also, wow, nicht schlecht. In drei Monaten, in nur drei Monaten. Aber wiederum, hier muss man wirklich auch sagen, wieder leider, die großen Firmen haben es halt einfacher als wie ein mittelständiges Unternehmen. Und dann ist auch die Politik gefragt, dass sie auch da richtige Weiche stellt, damit auch diese kleinen Unternehmen überleben können. Also, es muss ja nicht nur so sein, dass es unbedingt auf unsere Kosten geht. Wenn die Unternehmen tatsächlich in die Pflicht genommen werden, dann klappt das auch so. Ohne großartiges Pipapo mit CO2-Steuer und sonst was. Also, es geht tatsächlich. Gut, dann habe ich hier noch was Positives. Abonnenten. Ich habe jetzt zum Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade aufnehme, 410 Abonnenten. Das habe ich ja gar nicht erwartet dieses Jahr. Ich dachte so 200, 250. Ja, dann ist da langsam so Ruhe, weil ich so ein Mini-Kanal bin. Aber das Überraschende ist, ich habe jetzt 410 Abonnenten. Dafür ein Dankeschön. Ich mache aber keine Abonnentenverlosung, liebe Abonnenten. Weil ich habe gesagt, bei der letzten Verlosung, ich mache den nächsten Sprung erst bei 500. Oh, die nächste Verlosung bei 500 Abonnenten. Da habe ich auch schon was Besonderes mir zurückgelegt, was auch so nicht reinkommt in den Pool, den ich mal hin und wieder verlosen werde. So, das dazu. Also wirklich vielen Dank dafür. Ich bin mehr als begeistert. Ja, darf man so sagen. Dankeschön. Also, ihr seid super. Okay, dann bin ich jetzt noch über etwas gestolpert. Ja, gestolpert kann man nicht sagen. Ich verfolge die Seite eh schon seit geraumer Zeit und unterstütze auch das Team. Es wurde jetzt mal von der Seite geteilt, dass man die Kreativ-ADHS-Würfel erwerben kann. Also diese hier. Das Team unterstützt sich ja auch so oder so. Egal, ob ihr jetzt sagt, ja, es ist Weihnachtszeit, da musst du ja sowas bringen. Ich hatte mal vor einiger Zeit Figuren gespendet. Ist natürlich schon ein Weichen her. Ich verfolge die Seite schon seit längerem, also eigentlich fast seit Bestehen. Was ist eigentlich Kreativ-ADHS? Nur kurz für euch zur Info. Das ist ein Team, das die Kinder betreut, die in Therapie sind, nach der Therapie, faktisch sozusagen in ihrer Freizeit. Alles auf freiwilligen Basis und die Kids bemalen eben halt Tabletop-Figuren oder andere Figuren. Alles, was ihr ihnen spendet, sozusagen zur Entspannung vom täglichen Stress, vom täglichen Alltag. Ich finde, das ist schon eine sehr wichtige Arbeit. Vor allem, das ist eine eigennützige Arbeit, ohne dass die Leute was kriegen und das Geld eigentlich unterstützt. Was ist hier passiert? Das Kreativ-ADHS-Team arbeitet mit dem Außenposten zusammen. Es wurden dann halt diese tollen Würfel angefertigt. Kostenpunkt pro Stück ein Euro. Und dieser Euro geht direkt rüber. Natürlich werden dann die Produktionskosten aller Wahrscheinlichkeit auch abgezogen. Aber ich finde es okay, dass man die rüber geht. Die gab es auch am Black-Friday-Tag für 95 Cent. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, nein, kaufe ich nicht. Weil ich möchte bei sowas, was eine Spende ist, den vollen Betrag rübergeben und nicht irgendeinen Sales-Tag mitmachen. Also, da habe ich halt gewartet. Scheiße auf die 5 Cent. Kann man so sagen. Und habe eben halt einen 5 Euro dann bezahlt. Gut, man hätte das vielleicht auch bei den Bemerkungen besser gesagt einschreiben können. Ich möchte den Euro zahlen und nicht die 95 Cent für den Black-Friday-Rabat. Rabat. So. Was ist da noch beim Außenposten? Was absolut cool ist, wenn ihr sagt, okay, ich habe ja gar keine Figuren. Ich kann ja gar nichts spenden. Oder abgeben. Wie gesagt, die freuen sich über überzählige Figuren. Wenn ihr habt, einfach Kontakt aufnehmen über die Facebook-Seite Kreativ ADHS. Wenn es noch eine Internetseite gibt, muss ich nochmal recherchieren. Schreibe ich es euch natürlich unten in den Bemerkungen ein. Also, wenn ihr sagt, okay, ich habe keine Figuren. Kein Problem. Beim Außenposten oben reingeben. Kreativ ADHS. So habe ich es gemacht. Kreativ ADHS in der Suche eingeben. Da findet ihr dann noch Figuren und Farbtöpfe. Das heißt, die Figuren sind natürlich nicht für euch. Ich hatte auch gedacht, kriege ich jetzt eine Figur. Ich hätte mal richtig lesen sollen. Also, die Figuren sind nicht für euch. Sie werden faktisch den Kindern dann gespendet. Ihr zahlt 1 Euro für eine Figur. Die Figuren, die durch eure Spende zusammengekommen sind oder durch den Betrag, den man kaufen kann, werden dann den Kindern zur Verfügung gestellt. Ebenso könnt ihr noch den Farbtopf erwerben. Ihr wählt dann aus. Ist es ein Grün, ein Rot, ein Blau und so weiter und so fort? Spendet eben halt den Farbtopf. Alles für 1 Euro. Das tut eigentlich nicht allzu weh. Okay, jetzt werden auch einige sagen, ja, für die Würfel hier, der verlangt gleich für 2 Stück 4,50 Euro Versandkosten. Das hat einen Hintergrund. Es wurde mal ein bisschen Schindluder getrieben und eben halt, dass auch die Pakete wegkamen. Schreibt einfach Rolf an, fragt ihn an. Bei mir hätte er es gemacht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich kriege die Figur, deshalb habe ich das so gelassen. Egal. Schreibt ihn an und fragt ihn, ob ihr das eben halt auch als ganz normalen Briefversand machen könnt. Das macht er. Also zumindest bei mir hätte er das gemacht. Wäre natürlich dann unversichert und nicht nachverfolgbar, wenn es weggekommen wäre, wäre es halt schade gewesen. Wie gesagt, coole Idee mit den Würfeln. Also mir gefallen die. Die kommen dann im Einsatz, wenn ich mal wieder Battletech spiele. Verdammte Schleichwerbung. So. Ach nein, die setzen wir gleich ein. Beim Gewinnspiel. Ich möchte natürlich noch meine Preise verlosen. Da setze ich mich dann mal lieber an den Tisch und fange mal an mit der Verlosung. So, da werden wir jetzt, ich habe mich nochmal umgesetzt, etwas umtrappiert. Wir wollen natürlich jetzt die Preise verlosen, die ich hier ausgelobt habe. Ich hatte sieben Teilnehmer am Gewinnspiel. Nein, Entschuldigung, sechs. Eine wollte gleich zwei Sachen haben. Valeria war dann halt die Letzte, bevor ich Cut gesagt habe. Naja, ich habe ja gesagt, am Freitag, den 13. ist Schluss. Weiter möchte ich gerne alles vorbereiten, sodass ich jetzt am Wochenende nicht so viel Stress habe. Wie geht das jetzt hier? Ich habe hier 2W6, die Würfel von Kreativ ADHS, wollte ich ja nutzen. Damit wird ausgewürfelt. Wir fangen aber erstmal mit den schnellsten an. So hat er zweimal was gesagt. Er hat gesagt, entgegen Tastatur oder die Powerbank. Da er zuerst gesagt hat, Tastatur, bekommt er natürlich die Tastatur. So, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu so. Ach, ihr seht jetzt hier gerade noch. Das ist nicht das Gewollt, das gehört zum Pullover eigentlich. Hehehehe. Okay. Julia und Konrad wollten dann halt die Powerbank haben. Also haben wir zwei Teilnehmer. Ich sage mal, die Julia bekommt die 1 bis 6 bei den Würfeln. Und 7 bis 12 ist dann für den Konrad. Dann wollen wir mal die Powerbank auslosen. Ich habe, wie gesagt, einen super tollen Zufallsgenerator von Kreativ ADHS auf manueller Basis. Okay, wir haben haargenau eine 6. Könnt ihr das sehen? Die 6 zählt auch wirklich von oben genommen. Und zwar wäre das die Julia. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Powerbank. Wir machen jetzt weiter mit unserem LED-Band. Da wollte der Heinz Werner, i40 und Valeria, wollten dieses LED-Band gerne haben. Da sage ich mal, 12 dividiert durch 3, 1 bis 4 für den Heinz. i-Borti bekommt die 5 bis 8 und 9 bis 12 für Valeria. Jetzt wird Valeria sagen, oh, das ist ziemlich schwierig jetzt etwas zu bilden. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was der Zufallsgenerator jetzt hier herausfinden wird. Oh, Tatsache, Tatsache, Tatsache. Die Hohen haben nicht gewonnen. Wir haben eine 4, eine 4. Der Heinz Werner hat das Lichtband gewonnen. Auch hier herzlichen Glückwunsch. So, jetzt haben ja Konrad, Iwoti und Valeria nicht gewonnen. Ich hätte ja hier noch das LED-Dicht für ein Fotoapparat. Ich würde ja vielleicht jetzt diesen als Prostpreis noch verlosen an euch drei. Da würde ich mal sagen... Genau, jetzt bin ich kurz ins Storm gekommen. So, ihr Leute, Live-Modus halt, ne? Der Konrad bekommt die 1 bis 4 i-Borti, wieder die 5 bis 6 und die Valeria, ja, sei gesagt, 5 bis 6, 5 bis 8 und die Valeria wieder ab 9. Na, da bin ich mal gespannt, wer jetzt den Prostpreis taktisch erwischt. Ja, nein, ich muss das nochmal machen. Der wäre mir fast runtergefallen, ich habe ihn gestoppt. Ui, ui, also liebe Valeria, wenn du tatsächlich den Prostpreis haben möchtest, du hast gewonnen. Die 12 ist tatsächlich gefallen. Also, wenn du willst, wenn du es nicht möchtest, dann schreibst du ihm halt rein oder melde dich halt. Wie gesagt, ich muss mich mal schauen, wie ich das dann weiter verlose. Also, herzlichen Glückwunsch. So, ich stelle mich nochmal wieder hin und gebe die weiteren Modalitäten für dieses Gewinnstil bekannt. Und ich hoffe mal, ihr meldet euch alle und vergesst mich nicht, denn die letzten Gewinner haben sich irgendwie nie bei mir gemeldet. Schade eigentlich, ich hätte ja noch schöne Buntstifte und so weiter und so fort. Na, da gehen die demnächst halt wieder in den Pool. So, bis gleich. Ich trappiere mich mal wieder anderweitig um. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Ich hoffe, ihr habt dann Spaß mit eurem Preis. Meldet euch bitte unter der E-Mail-Adresse ulrikerensky-meinewelt.gmx.de. Schreibt mir dort bitte eure Adresse rein, dass ich das vielleicht noch rechtzeitig vor Weihnachten wegbekomme und euch alles zusenden kann. Das wäre sehr nett von euch. So, für heute soll es das jetzt erst einmal gewesen sein. Wir sehen uns dann nochmal nächste Woche Mittwoch auf jeden Fall mit einem Video und einer Laberecke kurz vor Weihnachten. Die wird nicht allzu lang sein, also keine Angst. Ich werde euch da nicht extra mit Klimawandel, Politik und sonstigen Themen zumüllen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit und erholt euch gut von der Arbeit. Wir sehen uns nächste Woche, wie gesagt, wieder auf meinem Kanal. Ciao, ciao und bye, bye. Sagt eure Ulrikerensky. Macht's gut. Oh, und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre ganz nett. Und vielleicht abonniert ihr mich auch. Möchtet ihr benachrichtigt werden, einfach die Glocke oben anmachen. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020